Na, 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 den Ausweis wollen wir wohl nicht zeigen. Entschuldigung, ich will nur Brötchen holen. Sie haben unerlaubt die Grenze übertreten. Welche Grenze? Nicht mitbekommen? Prenzlauer Berg ist jetzt unabhängig. Volksentscheid. Unabhängig von was? Na, von Berlin, Fräulein. Katalonien und der Brexit waren erst der Anfang. Prenzlauer Berg macht den Prenzellaxit, Berlin-Mitte den Mixit und Spandau den Spaxit. Und Wilmersdorf den Wixit? Warum wollen Sie sich denn abspalten? Vor ca. 8 Wochen hat jemand was auf Facebook gepostet. Seitdem hassen sich alle. Zum Glück gibt es noch keinen Bürger. Kriegt den Ausweis, bitte. Ihr Visum? Aber vor 22 Uhr wieder nach drüben, Fräulein. Okay. Na, 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 na. Ausweis, bitte. Ich habe gerade ein Visum gekriegt. Ja, für den Prenzlauer Berg. Seit dem Referendum gestern gehören wir da nicht mehr zu. Wer ist denn wir? Der Freistaat Templiner Straße. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Wenn sich jetzt hier jeder von hier immer abspaltet, wo kann ich denn dann noch Brötchen kaufen? Also, wenn Sie jetzt gleich die S-Bahn nach Marzahn nehmen, können Sie es noch schaffen. Da gibt es einen Bäcker, da können Sie heute noch bis 12 mit Euro bezahlen. Oh, nee, dann nicht. Das würde ich mir aber überlegen. Danach akzeptieren die nur noch Templiner Reichspesos. Oder Friedrichshainer Disney-Dollar.